so hallo nach einem bisschen technischen problem begrüße ich sie ganz ganz herzlich zur heutigen sitzung von unserem android kurs bzw zum live stream davon wenn sie auch dabei sind und wenn technisch alles funktioniert dann würde ich mich freuen wenn sie kurz im chat hallo sagen und verweise an der stelle auch noch mal darauf dass sie wenn sie irgendwelche fragen haben wenn sie feedback oder sowas haben gerne einfach in den chat rein posten können oder auch in dem rocket chat von der uni regensburg mir irgendwelche fragen oder feedback zukommen lassen können wir machen heute erstens ein bisschen kürzeren stream vielleicht werden wir auch gleich wieder gestört werden von einer sehr lauten baustelle neben uns aber davon lassen wir uns vielleicht gar nicht stören und ich würde auch den live coding teil sehr reduzieren und wird gerne lieber vorher ein bisschen mit ihnen über organisatorische sachen und vor allem über die klausur reden das heißt wir haken jetzt zuerst erstmal diesen inhaltlichen teil wieder ab was wir in der letzten woche gemacht haben was wir in dieser woche machen werden zusammen dann sprechen wir über die klausur und ich versuche ihnen so ein bisschen eine vorstellung davon zu geben was da eigentlich auf sie zukommt und wir können vielleicht auch so ein paar mögliche klausur fragen mal durchspielen und ausprobieren ob sie da vielleicht schon eine antwort zu haben und im letzten teil schauen wir uns dann einfach nur die stellen in einem kleinen beispiel an die für sie für die übungsaufgaben am relevantesten sind die beziehungsweise die für die aktuelle themenwoche am wichtigsten sind ich fange damit an dass ich kurz auf meinen desktop wechsle und dann gehen wir wieder diese standard folien die sie mittlerweile kennen einfach kurz durch versuchen mal kurz festzustellen wo sie gerade sind und ob sie vielleicht auch die sachen die von denen wir ausgehen das dass sie die bis zu diesem zeitpunkt schon so ein bisschen verinnerlicht haben sollten tatsächlich auch verinnerlicht haben ganz kurz was haben wir uns so in der letzten woche vor allem angeschaut auch vielleicht so ein bisschen in die letzten beiden wochen im blick habend wir haben uns ja mit netzwerk kommunikation beschäftigt und sie sollten so einen groben überblick darüber haben was denn so die grundlagen der netzwerk kommunikation in android oder java tatsächlich sind und vor allem eben in diesem bereich der http kommunikation es gibt noch andere bereiche der netzwerk kommunikation die wir uns jetzt gar nicht angeschaut haben also sowas wie kommunikation über tcp ip sockets oder sowas wir haben uns jetzt komplett auf diesen http bereich konzentriert weil der eben gerade im kontext von vielleicht der integration von irgendwelchen web apis die der vorherrschende mechanismus ist wir haben uns ja auch mindestens zwei beispiel angeschaut einmal in der übungsaufgabe diese bundesliga tabelle und in der demo hier im stream diese mensa aufgabe die beide über http daten in die anwendung integriert haben was sie da wissen sollten ist warum man das vielleicht überhaupt macht also was es für ganz konkrete anwendungsfälle gibt in denen es vielleicht notwendig sein könnte so externe daten oder daten die am anfang nicht vorhanden sind in die anwendung zu integrieren sie sollten grob wissen wie http aufgebaut ist und vielleicht jetzt nicht als klausur frage in der sie das auswendig runter coden sollten aber vielleicht im rahmen von der übungsaufgabe oder von ihrem projekt auch in der lage sein selber mit den wichtigsten java klassen die es in diesem kontext gibt so eine http verbindung aufzubauen und zu verarbeiten sie sollten aber auch wissen dass es gerade in diesem umfeld eine menge an libraries gibt ich habe ihnen auf den folien dieses ok http vorgestellt oder dieses volley mit denen man solche sachen dann gerade in vielleicht ein bisschen umfangreicher an anwendungen tatsächlich vielleicht auch ein bisschen besser lösen könnte vor allem deshalb weil man dann vielleicht auch stärker auf solche fehlersituationen nicht mehr selber eingehen muss sondern die von dem framework oder der library abgefangen werden sie sollten einen überblick darüber haben was jason ist sie sollten so ein verständnis dafür haben dass das irgendwie ein sehr weit verbreitetes datenformat ist in dem vor allem im www gerade bei der kommunikation mit irgendwelchen diensten oder apis häufig informationen ausgetauscht werden dass was jason in diesem fall besonders macht ist dass das sowohl maschinen lesbar ist also das ist ein strukturiertes format das wir passen können gleichzeitig ist aber auch relativ leicht menschen lesbar also so eine jason datei die verstehen sie auch wenn sie die lesen und zwar relativ gut sie sollten mitbekommen haben dass es in java eine ganze reihe von klassen gibt zwei klassen mit denen sie diese transformation von dem textformat in richtige java objekte durchführen können und sie sollten wissen dass ihnen diese klassen auch in dem android betriebssystem in der android android sdk natürlich zur verfügung stehen und sie damit dann diesen wandel von vielleicht irgendwie einem textformat was sie von einer api bekommen in zu ganz konkreten java objekten die sie dann vielleicht im user interface über irgendwelche adapter oder views rendern können tatsächlich durchführen können in diesem zusammenhang kurzer hinweis aus dem chat das stimmt natürlich also also stimmt vielleicht nicht per se aber stimmt auf jeden fall wenn man das mit anderen datenformaten vergleicht also wenn sie sich zum beispiel mal jason anschauen und vielleicht so eine xml repräsentation von den gleichen daten dann dann gegenüber stellen dann sehen sie dass jason eben weniger overhead hat was tatsächlich einfach die masse angeht und deshalb ist das auch eben so ein relativ weit verbreitetes format also nicht nur aus dem grund sondern ich glaube auch wegen dieser guten lesbarkeit und natürlich weil jason maximal kompatibel ist mit anderen technologien die es so in dem web umfeld gibt also wenn sie an javascript oder sowas denken dann ist vielleicht das noch naheliegender dass da eine sehr weite verbreitung von diesem format stattfindet aber natürlich eben dieser overhead der ist gerade bei der datenkommunikation nicht zu vernachlässigen was auch nicht zu vernachlässigen ist ist dass wir wenn wir netzwerk kommunikation betreiben in android gezwungen sind das in einem separaten thread durchzuführen also wenn sie irgendwie versuchen so eine http verbindung in ihrem ui thread durchzuführen dann wird das nicht funktionieren weil dann entsprechende fehler ausgelöst werden und in diesem zusammenhang aber ja auch schon in der woche vorher haben wir uns ja auch damit beschäftigt wie wir dann teile von unserer programm logik auslagern können in andere anwendungsbereiche wir haben diese möglichkeiten aus den entsprechenden java paketen kennengelernt die executors und die runnables um eben dann einige aufgaben in einem separaten thread durchzuführen und wir haben kennengelernt dass wir in dem kontext häufig eine besondere art der kommunikation zwischen anwendungsbereichen brauchen brauchen weil wenn wir auf irgendetwas warten was weil wir es ganz bewusst in einen anderen thread ausgelagert haben eben ein bisschen dauert dann müssen wir eine möglichkeit haben von der stelle an der wir diese aktion anstoßen bis zu dem ende dieser aktion dann auch tatsächlich irgendwie ein kommunikationskanal aufrecht zu erhalten wir wollen informiert werden wenn irgendwie so eine http anfrage erfolgreich war wollen aber nicht so lange den thread blockieren und darauf warten und für diese asynchrone kommunikation zwischen zwei komponenten zwischen der die eine aktion anstößt und dann auf die antwort wartet und der komponente die aktion durchführt und dann über das ergebnis informiert eignen sich eben solche listener oder ganz abstrakter noch formuliert sondern observer pattern dass wir in diesem kontext dann relativ häufig auch schon angewendet haben also das sollten sie auch schon so ein bisschen vielleicht auch wieder nicht komplett auswendig runter schreiben können aber mit ein bisschen überlegung ein bisschen vorbereitung auch implementieren können so eine kommunikation zwischen zwei stellen ihrer anwendung über ein listener interface was dann diese letztendlich dieses kommunikations protokoll vielleicht vorgibt zwischen diesen beiden komponenten meine komponente implementiert als listener ein interface und eine andere komponente kann sich dann sicher sein dass bestimmte methoden vorhanden sind über die dann ergebnisse kommuniziert werden können was wir uns heute und im laufe der woche anschauen werden ist sondern nicht kleines thema aber vielleicht ein bisschen weniger komplexes thema wir schauen uns heute an wie wir unsere anwendung mit anderen anwendungen interagieren lassen können also eine android anwendung die ist nicht alleine auf dem android system es gibt ja ganz ganz viele andere apps die installiert sein können oder per se schon installiert sind und wir schauen uns heute an wie diese anwendung miteinander kommunizieren können wie sie informationen austauschen können und wie wir funktionalität die von anderen anwendungen bereitgestellt wird tatsächlich auch nutzen können der hintergedanke ist dabei natürlich dass wir vielleicht nicht immer irgendwie alles selber implementieren müssen wenn schon eine kamera app gibt die bilder macht dann können wir die verwenden und müssen nicht irgendwie selber dann in diese kamera api einsteigen wenn wir in unserer anwendung die aufgabe haben im bild aufzunehmen das könnten wir theoretisch machen das wäre auch denkbar aber wir können auch diese funktionalität von anderen anwendungen nutzen das gleiche was wir machen oder der umgekehrte fall ist wir können auch unsere funktionalität für andere anwendungen bereitstellen also wir können innerhalb dieses großen systems in dem android anwendungen miteinander interagieren auch unsere anwendung für bestimmte aufgaben das abspielen von vielleicht irgendwie einer musikdatei das anzeigen von einer webseite vielleicht das speichern von irgendwelchen kontaktdaten für eben das restliche android system anbieten und der schlüssel dazu werden wieder diese intents sein also diese woche geht es darum dass wir diese inter app kommunikation und interaktion in dem android betriebssystem ganz bewusst ausnutzen dazu gibt es auch gar nicht so viele lernfragen die ich ihnen jetzt mit auf den weg geben möchte ich würde sagen wenn sie am ende der woche sagen können wie sie oder beantworten können wie sie eine andere anwendung starten können um deren resultate oder ergebnisse in ihrer eigenen anwendung zu verarbeiten dann haben sie schon mal 50 prozent von den lernzielen erreicht und wenn sie dann auch noch grob irgendwie abstecken können wie sie ihre eigene anwendung oder eine activity innerhalb ihrer anwendung als ziel für bestimmte standard aktionen des android betriebssystems definieren und anbieten dann haben sie vollumfänglich irgendwie verstanden was wir in dieser woche von ihnen wollen wir probieren das aus mit einer ganz ganz einfachen app also gerade wenn sie irgendwie das gefühl haben dass das jetzt alles irgendwie ein bisschen komplexer wird und komplizierter wird ist die aufgabe jetzt vielleicht wieder so ein kleiner ruhepol bevor es dann demnächst wieder ein ein bisschen schwieriger wird was sie machen sollen ist eigentlich einfach nur diese funktionalität bezüglich der aufnahme oder auswahl von fotos die das android betriebssystem schon bereitstellt über die kamera app oder die galerie app in ihrer anwendung zu integrieren also sorgen dafür dass sie entweder ein bild aufnehmen können und das in ihrer anwendung anzeigen können oder ein bild aus der galerie auswählen und anzeigen können das ist jetzt nicht so tiefgehend und nicht so inhaltstragend es geht jetzt wirklich nur um das technische was sie ausprobieren sollen also stimmen wundern sie sich nicht dass da jetzt irgendwie kein kein großer use case oder so dahinter steht das versuchen sie in der übung umzusetzen es geht wirklich nur um diese diese verwendung von tatsächlich den den anderen anwendung wir müssen wieder ein bisschen kontext herum herum schaffen das heißt sie müssen sich ein bisschen technisch mit bildern und sowas beschäftigen aber der eigentliche use case ist sehr überschaubar ich würde jetzt gerne bevor wir uns noch ein kleines beispiel zu dieser inter app kommunikation anschauen mit ihnen gerne ein bisschen über die die anstehende klausur sprechen weil das auch was ist was jetzt in den im feedback oder auch über andere kanäle so ein bisschen an mich herangetragen worden ist dass sie vielleicht noch nicht so eine vorstellung davon haben was eigentlich in dieser klausur anfang august auf sie zukommt und das würde ich jetzt gerne einfach mal kurz versuchen so ein bisschen vorzustellen ich weiß ja selber noch nicht hundertprozentig wie die klausur technisch funktionieren wird aber ich weiß zumindest was ich da inhaltlich vorhabe und was so die ziele von dieser klausur sind das werde ich jetzt einfach mal kurz versuchen vorzustellen augenblick ganz grundsätzlich ist es so dass in diesem kurs es ja zwei sachen gibt die sie machen müssen sie müssen die klausur schreiben und bestehen und sie müssen im anschluss ein entwicklungsprojekt durchführen diese beiden prüfungsleistungen die haben unterschiedliche ziele also es gibt allgemeine kursziele sie sollen hier lernen was so die grundlagen der app entwicklung sind sie können dann im anschluss eine überschaubare problemstellung durch das selbstständige implementieren von einer android app lösen also das ziel ist dass sie so die grundlagen dessen am ende beherrschen wie man so eine android app tatsächlich bauen kann was sie auch machen sollen und das finde ich ist gerade für die leute die das diesen kurs vielleicht im rahmen von einem informatik studium absolvieren das wesentlich wichtigere ziel nämlich das schulen von ihren grundlegenden fähigkeiten auf dem gebiet der software entwicklung also nicht alles was wir hier machen dient nur dazu sie eins zu eins in die lage zu versetzen das im android kontext umzusetzen also vieles von dem was wir versuchen ihnen vielleicht auch ein bisschen indirekt in den übungen durch unser feedback mitzuteilen dient vor allem dazu dass sie ihre fähigkeiten eben im bereich der entwicklung von software im bereich der software technik oder software engineering je nachdem wie sie das nennen wollen tatsächlich schulen und verbessern das heißt dass das was sie aus diesem kurs lernen und mitnehmen auch tatsächlich übertragbar sein soll auf vergleichbare felder es geht nicht nur um android es geht allgemein um die anwendungsentwicklung und um diese ziele umzusetzen haben wir diese klausuren vor allem das projekt die klausur dient erstmal so ein bisschen als als indikator dafür ob sie die theoretischen grundlagen verstanden haben und ob sie so die größeren zusammenhänge in diesem themenkomplex android und anwendungsentwicklung tatsächlich verstanden haben also da geht es jetzt nicht darum das nehme ich schon mal vorweg dass wir sie irgendwie fragen wie eine bestimmte methode aus dem android framework heißt oder wie man vielleicht irgendwie ein ganz bestimmtes attribut setzen muss um irgendwie eine layout datei zu manipulieren so dass ein element an einer bestimmten stelle angezeigt wird das wird in der klausur nicht passieren es kann sein dass es eine kleine programmieraufgabe geben wird die dann aber eher wieder auf diese allgemeineren themenfelder anspielt was sie in der klausur nachweisen werden ist dass sie die wichtigsten funktionen und bausteine des android frameworks kennen also wie ist das überhaupt aufgebaut was gibt es da für bestimmte teilbereiche in so einer anwendung wie ist eine anwendung an sich aufgebaut was ist eine activity was ist ein service also wirklich diese großen bausteine nicht ins detail runter gehend wie heißt das attribut mit dem ich irgendwie die hintergrundfarbe von einem image button um wechsel so was wir natürlich nicht in der klausur gefragt werden aber ich könnte sie fragen was ist denn der unterschied zwischen activity und im service sie sollten auch wissen oder motivieren können warum es vielleicht bestimmte vorgehensweisen in der entwicklung mobile anwendungen gibt also warum benutzen wir sowas wie services warum warum gibt es sowas wie notifications warum gibt es sowas wie das permissions konzept vielleicht in android und sie sollten in dieser klausur dann irgendwie ganz am ende indem sie eben dieses theoretische wissen nachweisen uns irgendwie das gefühl geben dass wir sie jetzt guten gewissens in das android projekt entlassen können also darum geht es in der klausur vor allem dass sie uns irgendwie zeigen sie haben jetzt das theoretische know how um sich an so einem projekt zu versuchen und in dem projekt selber da geht es dann wieder stärker um die praktische herangehensweise das heißt da entwickeln sie mit uns oder selbstständig eine kleine anwendungs idee konzipieren die und setzen sie dann in einem android projekt tatsächlich um das heißt da zeigen sie dass jetzt in der lage sind eben diese beiden kursziele nämlich einmal grundlagen der app entwicklung für android aber eben auch grundlagen der guten software software entwicklung ganz praktisch umzusetzen ich habe jetzt mal mir überlegt was was ich irgendwie als klausur stellen könnte und ich habe ihnen ja schon in der letzten woche gesagt dass wir das ganze nicht irgendwie als präsenz klausur machen werden also müssen nicht nach regensburg kommen ich stelle mir das im moment so vor und kann ihnen schon mal sagen dass ich bis jetzt noch nichts gegenteiliges vom prüfungsamt und von der fakultät gehört habe dass wir das irgendwie so als online klausur machen können ähnlich wie dieser dieser einstufungs test oder dieser qualifikations test am anfang vom semester bisschen umfangreicher mit anderen inhalten und und vom konzept her aber ähnlich also so einen online test im ilias kurs für das projekt haben sie bis ende der semester ferienzeit sage ich jetzt einfach mal so ich habe jetzt leider nicht im kopf ob die ob das semester sich offiziell auch noch ein bisschen verlängern wird was die vorlesungsfreie zeit angeht ich glaube fast nicht sei es irgendwie so ende september ist der abgabetermin und wir versuchen dann direkt am anfang august mit den projekten anzufangen also wir werden schon ein bisschen vorarbeit leisten dass sie dann sobald sie die klausur bestanden haben auch direkt anfangen können also alles was organisatorisch zu klären ist passiert vor der klausur wenn sie die klausur dann bestanden haben haben sie die restliche zeit für das projekt zeit also genau es wird irgendwie online klausur geben so ähnlich aufgebaut wie dieser qualifikationstest ein bisschen umfangreicher aber auch so eine mischung aus theorie fragen und so ein bisschen coding aber coding eher auf dem level dass wir sie grundsätzlich vielleicht nach bestimmten konzepten fragen also konzipieren sie vielleicht mal irgendwie so einen listener interface und nicht eben ganz konkret nutzen sie bitte diese android library um irgendwie diesen view nach rechts zu verschieben also solche sachen kommen nicht in der klausur vor sie müssen nicht das ganze android framework auswendig lernen sollen sie auch gar nicht sehr quatsch sie dass im android studio nutzen dann haben sie auto completion sie haben alle dokumentation an der hand und kein software entwickler kein software entwickler merkt sich irgendwelche dinge die man nachschlagen kann das wichtige sind die grundlagen die man kennen sollte man sollte wissen wie man gewisse dinge macht und die die konkreten api methoden und sowas die hat man dann irgendwann vielleicht mal nach ein zwei jahren auch im kopf oder man schlägt sie nach also keine sorge und bitte nicht irgendwie android framework oder sowas auswendig lernen beschäftigen sie sich eher mit diesen grundsätzlichen sachen es gibt auch so ein paar und das kann so ein paar theorie fragen geben in denen ich dann eher vielleicht eine antwort haben möchte von ihnen in denen sie so ein bisschen ausformulieren und motivieren eben warum bestimmte dinge im android framework oder in der software entwicklung so sind wie sie sind und als abschluss von diesem kleinen überblick über die klausur würde ich tatsächlich ihn jetzt einfach mal drei von diesen klausur fragen stellen die werden dann höchstwahrscheinlich nicht mehr in der klausur vorkommen und sie können sich selber mal fünf minuten gedanken machen ob das ob sie da vielleicht irgendwie sogar schon eine antwort drauf haben wenn sie möchten können das natürlich auch kurz den stichpunkt im chat notieren wenn sie die klausur nicht bestehen wenn ich das irgendwie organisatorisch hinkriege dann würde ich das natürlich so machen also von meiner seite her gibt es da kein problem wir können direkt irgendwie so eine wiederholungsklausur machen ich muss ihnen aber auch sagen dass ich jetzt dadurch dass das ja ein kurs ist der nicht nur von der medieninformatik in regensburg organisiert wird sondern dass das auch ein vb kurs ist woher ganz ganz viele leute teilnehmen können das jetzt nicht hundertprozentig sagen kann also das kläre ich auf jeden fall in den nächsten tagen oder wochen und dann gebe ich ihnen rückmeldung aber von meiner seite würde nichts dagegen sprechen diese wiederholungsprüfung auch sehr kurzfristig nach dem nach dem eigentlichen termin zu machen müssen sowieso uns überlegen das ist auch so eine offene baustelle in diesem semester ob diese verpflichtung die klausur zu bestehen um zum projekt zugelassen zu werden so aufrecht erhalten werden kann weil sie wissen ja dass nicht bestandene prüfungen in diesem semester ich nehme an an allen bayerischen universitäten nicht wirklich zählen also da verlieren sie dann keinen prüfungsversuch und für mich ist da noch nicht so ganz klar was das dann für solche abhängigkeiten zwischen klausuren und projekt heißt das heißt da müssen wir auch noch ein bisschen was klären und ich glaube sie können sich irgendwie voll darauf verlassen dass das so weit möglich immer für sie quasi als studierende ausgelegt wird aber das klären wir und gut dass sie mich daran erinnern aber da würde ich mir jetzt erstmal keine sorgen machen das kriegen wir dann irgendwie hin ich fange jetzt einfach mal an und ich stelle jetzt mal eine frage die so oder so ähnlich formuliert vielleicht in so einer klausur vorkommen könnte sie machen sich mal ein paar gedanken und wenn sie möchten dann schreiben sie vielleicht einfach vielleicht auch ein paar stichpunkte in den chat rein also eine frage die ich mir überlegt habe ist wie können activities miteinander kommunizieren und welche rolle spielen dabei in tents überlegen sie sich mal ob sie da irgendwie zwei drei kluge sätze formulieren könnten doch keine sätze formulieren in diesem fall aber ob sie irgendwie vielleicht eine idee haben wie wie sie dieses konzept der kommunikation zwischen activities beschreiben könnten sie müssen auch keine vielleicht machen wir es anders geben sie mir einfach nur mal rückmeldung im chat irgendwie mit so einem ja oder nein ob das irgendwie eine frage ist bei der sie sagen würden ja da könnte ich jetzt irgendwie jetzt schon mit dem stand aus dem kurs eine gute antwort formulieren also es geht jetzt gar nicht um eine konkrete antwort sondern geben sie mir nur kurz feedback ist das was wo sie glauben da könnten sie irgendwie ein bisschen was schlaues zu erzählen es freut mich doch da machen wir das gleiche vielleicht nochmal mit anderen frage können sie mir sagen oder könnten sie mir sagen wieder mit ja nein warum es im android framework das konzept der permissions gibt wahrscheinlich würde ich diese frage dann für die klausur auch nochmal ein bisschen genauer formulieren das jetzt relativ kurzfristig überlegt da ging es würde es mir jetzt eher oder weniger um das technische gehen sondern mehr darum ob sie vielleicht irgendwie begründen können warum dieses permission konzept was wir jetzt an zwei stellen ja schon mal kennengelernt haben warum das ihrer meinung nach in dem in dem android framework sinn ergibt okay also auch das scheint irgendwie etwas zu sein was sie irgendwie schon mitgenommen haben und so vielleicht als letztes beispiel dafür was ich mir in seiner etwas offenen klausur frage vorstellen könnte welche gründe gibt es teile der programm logik in separate threads oder services auszulagern und vielleicht können sie mir da auch noch ganz kurz einfach mit ja nein sagen ob sie da vielleicht irgendwie eine gute begründung finden können und vielleicht können wir es bei der frage ja so machen dass sie vielleicht mal kurz irgendwie versuchen in einer minute eine antwort darauf zu formulieren also vielleicht einfach ein zwei stichpunkte warum es sinnvoll sein könnte dass man teile der programm logik in vielleicht separate threads oder services auslagert ich nutze die zeit um kurz etwas zu trinken ich kann ja an der stelle auch nochmal sagen weil ich auch gefragt worden bin ob man irgendwie altklausuren oder sowas bereitstellen kann es ist auch wieder irgendwie das problem dass ich tatsächlich nicht weiß ob ich das kann also ich kann die alten klausuren sehen aber ich weiß nicht ob ich das darf weil die ja nicht von mir sind aber ich kann ihnen auf jeden fall anbieten dass ich vielleicht dann irgendwann mal so im juli wenn die klausur ein bisschen näher rückt so eine probeklausur oder sowas in ilias anbiete also das kann ich ihnen nicht nur anbieten sondern das werden wir auf jeden fall wahrscheinlich machen weil ich ja auch diese technische umsetzung mit ihnen ausprobieren möchte müssen wir dann sowieso nochmal im detail darüber reden wie wir das alles organisieren und wie das alles ablaufen wird also es wird auf jeden fall einen einen technischen test geben wie das ganze passieren kann diese klausur und dann bietet es sich ja auch an vielleicht sich so ein paar inhaltliche fragen auch zu überlegen und dann können sie auch vielleicht diese inhaltliche komponente der klausur testen da kommen jetzt auch so ein paar antworten rein zu dieser frage und ist natürlich völlig korrekt was da steht wir wollen vielleicht den main thread nicht blockieren wenn wir irgendwie eine längere operation haben und gerade in android ist es ja an vielen stellen auch so dass das nicht nur ein wollen ist also wir wollen nicht nur dass der ui thread nicht blockiert wird sondern wir dürfen das tatsächlich auch nicht also es gibt bestimmte sachen die wir nicht im main thread im ui thread machen dürfen netzwerk kommunikation war das letzte was wir kennen gelernt haben aber sie kennen das ja auch schon aus den datenbanken beziehungsweise der verwendung von diesem room db framework wo wir auch gezwungen sind diese operation in einem anderen thread durchzuführen also das so ein bisschen dazu zu dieser klausur ich packe ihnen gerne diese klausur fragen dann auch nochmal in ilias in das forum rein dann können sie ja nochmal selber ein bisschen drüber nachdenken und wir verbleiben jetzt mal dabei dass wir das irgendwie hinkriegen mit der klausur und dass wir im juli vielleicht so einen kleinen test machen vielleicht anfang juli wie das ganze technische auslaufen wird wie das ganze technisch ablaufen wird und können dann dabei auch vielleicht nochmal so eine art kleine mini probe klausur machen wenn sie da jetzt noch irgendwie fragen oder feedback haben schreiben sie mir entweder jetzt in den chat rein oder per e mail oder per rocket chat oder ins forum rein wie auch immer sie möchten also wir kriegen das irgendwie hin und machen sie sich erstmal keine sorgen um diese klausur ok dann würde ich jetzt gerne noch wenigstens ganz kurz mit ihnen über die aktuelle themen woche oder das aktuelle die aktuelle übungen sprechen und ich würde ihnen gerne kurz zeigen was was ich jetzt für diesen stream eigentlich vorbereitet habe als anwendungsbeispiel ich habe mir überlegt wie kann ich ihnen irgendwie zeigen wie diese inter app kommunikation sinnvoll verwendbar ist und ich habe eine kleine anwendung geschrieben die sowohl in die eine richtung das heißt das empfangen von daten aus einer anderen app funktioniert als dann auch wieder in die andere richtung nämlich dem aussenden oder dem weitergeben von informationen eine andere app funktioniert also wir haben so eine kleine mini app die sich zwischen die funktionalität von anderen anwendungen einklingt und was ich implementiert habe und was sie in ilias dann auch als code beispiel ganz ausführlich sehen ist so eine kleine bookmarks app ich zeige ihnen mal ganz kurz wie die funktioniert und dann sehen sie dann auch was irgendwie so diese intention ist anwendungen miteinander kommunizieren zu lassen also unsere anwendung soll so ein bookmark manager sein das prinzip kennen sie wahrscheinlich ich speichere mir irgendwie lesezeichen beim browsing irgendwo ab und kann die dann im nachhinein wieder aufrufen organisieren was auch immer damit machen sowas ist in der regel in jedem browser integriert natürlich auch im android browser aber es gibt auch anwendungen von dritten plugins für den browser apps für das smartphone vielleicht haben sie ja sowas und nutzen das auch selber pocket oder so die das ganze dann vielleicht noch ein bisschen aufwändiger und nutzbarer macht und wir wollen jetzt auch so eine bookmark app schreiben oder haben das auch schon gemacht die ist ganz einfach aufgebaut sobald wir bookmarks gespeichert haben werden die hier in einer liste auftauchen die können wir dann löschen oder durch den klick den dahinterliegenden link öffnen das ganze funktioniert so dass wir den eigentlichen teil nämlich das browsing natürlich nicht selber implementieren also wir nutzen hier den browser das ist ich zeige das nochmal das ist der standard browser der in android eingebaut ist mit dem arbeiten unsere nutzer und nutzerinnen und wenn die eine seite speichern möchten dann teilen die diese seite mit unserer anwendung wir haben unsere anwendung so konfiguriert dass die diesen share intent oder diesen send intent von einem browser abfängt wenn ich jetzt hier diese teilen funktion im browser benutze und das an meine anwendung schicke dann speichert meine anwendung dieses bookmark oder dieses lesezeichen der url der webseite die vom browser an meine anwendung geschickt worden ist wie das technisch funktioniert zeige ich ihnen gleich aber das ist das prinzip in die eine seite das kann ich beliebig oft machen wenn ich jetzt hier vielleicht nochmal auf die uni seite gehe und ich möchte ja auch dieses lesezeichen speichern dann teile ich das wieder mit meiner anwendung und dann wird auch dieses lesezeichen gespeichert ich kann dann diese lesezeichen liste editieren ich kann die irgendwie löschen einzelne einträge oder ich kann auf dieses lesezeichen klicken wenn ich jetzt die dahinterliegende webseite wieder anzeigen möchte und dann öffnet sich der browser mit der entsprechenden url weil ich dann wieder aus meiner app heraus gehe und mit einem entsprechenden intent das android betriebssystem darum bitte jetzt die aktivität die im anschluss gewünscht ist nämlich das anzeigen von dieser webseite wieder zu übernehmen und das an irgendeine andere anwendung zu geben die sich damit auskennt also wir sind dieser mediator oder dieses zwischending wir speichern irgendwelche bookmarks die aus dem browser kommen und wir öffnen die auch wieder im browser ich habe ihnen eine kleine übersicht mitgebracht wie das ganze funktionieren kann ich wechsel mal ganz kurz wieder an die richtige stelle und zeige ihnen das dann auch wieder nur noch mal so als kleine strukturelle übersicht was dahinter steckt wir haben sehen sie gar nichts glaube ich das so funktioniert perfekt ganz kurz noch mal zu dem zu dem ablauf wie in dieser anwendung gearbeitet wird wir haben den browser als ausgangslage also das auch vielleicht noch mal so zum allgemeinen verständnis wir können anwendungen erzeugen die probleme lösen die nicht in unserer anwendung beginnen also das ist jetzt nicht speziell irgendwie was was mit android zu tun hat aber es gibt use cases in der software entwicklung die vielleicht mit einem ganz anderen programm beginnen als dem ihrigen und das ist jetzt in diesem fall auch so der nutzer oder die nutzerin bräust im browser irgendwelche webseiten schaut sich die an und dann soll so ein bookmark gespeichert werden der browser hat diese teilen funktion mit der ein intent an all die anwendungen geschickt werden kann die sich im vorfeld für dieses teilen oder diese send funktionalität angemeldet haben wir können das werden sie gleich sehen im manifest unserer anwendung definieren dass wir eine bestimmte activity haben die rezipient für einen solchen send intent tatsächlich sein kann und der browser wenn er diese teilen funktion anbietet zeigt dem nutzer und der nutzerin dann welche anwendungen auf dem system installiert sind die rezipient für diese teilen funktionen sein können das passierte dadurch dass in dem manifest von allen anderen anwendungen geschaut wird ob es irgendwo eine passende activity gibt die eben diesen intent abfangen kann dann wähle ich eine dieser anwendungen aus wenn das unsere bookmarks app ist startet unsere bookmark app wir können über den intent mit dem unsere anwendung gestartet worden ist herausfinden ob das aus diesem browser tatsächlich kommt können die extras auslesen intents sie erinnern sich sind ja auch irgendwie so ein container mit den daten zwischen activities ausgetauscht wird und der browser packt die url und den titel der webseite in diesen intent mit rein wir können diese information in unserer anwendung abspeichern da ist eine kleine datenbank angebunden die das macht und wenn der nutzer die nutzerin in unserer anwendung dann einen dieser einträge auswählt dann senden wir ein intent aus unserer anwendung heraus und zwar einen impliziten intent wir sagen wir haben diese url unsere nutzer oder nutzerin möchte sich diese url anschauen android betriebssystem gibt es bitte weiter an irgendwelche anwendungen die mit diesem mit dieser aktion mit diesem intent umgehen können also wir sagen gar nicht explizit wir wollen den browser öffnen sondern wir sagen nur wir wollen eine url öffnen und dann öffnet sich das ganze falls schon ein entsprechender default wert angegeben worden ist im android betriebssystem in der anwendung die eben für solche url anzeige operationen tatsächlich verantwortlich ist also unsere app ist in dem ist in der mitte von so einem größer angelegten use case der vom surfen im web und speichern von bookmarks bis hin zum dann irgendwann wieder aufrufen von diesen bookmarks geht also ein kompletter use case der eben nicht mehr nur unsere anwendung betrifft sondern auch andere teilbereiche des betriebssystems und über diese intents gerade die impliziten intents können wir das eben dann entsprechend in dieses ganze android framework in dieses ökosystem was da auf unserem smartphone läuft integrieren ich würde ihnen das jetzt gerne kurz mal zeigen im code nicht den kompletten code den würde ich ihnen kommentiert dann noch bereitstellen dass sie sich das anschauen können aber ich zeige ihnen jetzt einfach noch mal ganz kurz fünf minuten zwei drei stellen die wichtig sind damit das ganze funktioniert und dann können sie das auch in ansätzen für die anstehende übungsaufgabe umsetzen die wird ein bisschen komplizierter sein weil sie da mit bildern arbeiten und nicht mit texten aber das prinzip ist das gleiche für uns ist der einstiegspunkt in diesen use case dass wir vom browser diesen intent bekommen dass wir informiert worden sind dass der nutzer oder die nutzerin aus dem browser heraus irgendetwas mit unserer anwendung teilen möchte und damit das in unserer anwendung ankommt müssen wir in unserem manifest einen zusätzlichen intent filter definieren das ist das was hier steht und wir müssen sagen dass wir eine activity haben in unserem fall hat unsere anwendung nur eine activity das ist diese bookmarks activity die sich für diese aktion interessiert dieses action punkt send das ist der typ von intent oder die aktion von intent die aus dem browser heraus bei dieser teilen funktion abgeschickt wird und wir sagen für einen solchen intent stehen wir zur verfügung also wir sagen dem gesamten android betriebssystem wenn irgendjemand etwas teilen möchte wir spezifizieren das auch nochmal dass wir nur solche events oder intents abfangen möchten in denen ganz normaler text geteilt wird aber wir sagen wir stehen dafür zur verfügung unsere activity soll ein möglicher rezipient für solche send oder teilen intents sein wenn irgendwo in der android system diese teilen funktion aufgerufen wird dann soll unsere app in der liste der möglichen ziele für diese teil funktion tatsächlich auftauchen und das ergänzen wir als intent filter jetzt macht vielleicht auch das was dann normalerweise immer schon drin steht sinn weil mit diesem anderen intent filter den man jetzt ein bisschen besser versteht sagen wir unsere app soll in diesem launcher menü also in dieser übersicht aller installierten apps auftauchen und wenn der benutzer oder die benutzerin eins von diesen items auswählt dann soll diese activity geöffnet werden also dieser intent filter der sorgt immer so ein bisschen dafür dass wir zumindest an dieser stelle diese äußeren signale die in dem android system ausgehen in unserer anwendung kanalisieren können also wir sorgen dafür dass unsere activity unter anderem auch durch so einen send intent aus dem browser oder aus einer anderen anwendung gestartet werden kann und was wir dann machen können ist wir können wenn unsere activity in der on create methode gestartet wird können wir uns den intent holen mit dieser get intent funktion das kennen sie ja schon wir haben ja schon mal innerhalb unserer anwendung zwischen activities über intents kommuniziert get intent gibt ihnen immer dieses intent objekt zurück mit der diese activity gestartet worden ist und wenn ich die verarbeite dann kann ich mir die action und den type aus dem intent herausholen der dort von der activity oder der app die diesen intent ausgeschickt hat eingetragen worden ist und darüber kann ich jetzt filtern ob der intent mit dem die activity in diesem fall gestartet worden ist aus dem browser heraus also über so einen send aktion durchgeführt worden ist oder ob das vielleicht eine ganz normale intent über den launcher war weil wir wollen natürlich jetzt die verarbeitung von diesem bookmark dass der irgendwie vom browser kommt nur dann starten wenn wir auch wirklich aus dem browser heraus geöffnet beziehungsweise angesprochen worden sind wenn der benutzer unsere app einfach über das icon startet dann ist damit ja keine keine information zu einer neuen webseite verbunden sondern die ist nur dann drin wenn wir über dieses action send angesprochen worden sind dann schauen wir zur sicherheit nochmal nach ob auch tatsächlich ein plaintext übergeben worden ist und wenn das der fall ist dann nehme ich die anderen informationen die in diesem intent drin stehen und baue mir daraus ein bookmark das ich in meiner datenbank abspeichere dazu ganz kurz die information man muss dann wissen wie die andere app in diesem fall der browser diese information kommuniziert also das ist was was nicht immer gleich ist das ist was was man in der dokumentation zum beispiel nachschauen muss und im ilias kurs habe ich ihnen auch die entsprechenden stellen aus dem google developer guide verlinkt also ich weiß zum beispiel dass wenn ein browser über diese teilen funktionen ein intent startet und damit eine webseite weiter gibt dass die url dieser webseite im intent in einem ganz bestimmten bereich der extras abgespeichert wird und dass der titel der webseite in einem anderen teil abgespeichert wird also das hier kennen sie schon ich lese mir aus dem intent diese extras raus die extras das sind diese key value pairs mit denen die aufrufende activity informationen an die empfangende activity weiter geben kann und wir speichern die an der einstelle rein indem wir einen wert mit einem bestimmten key verknüpfen und wir lesen die werte wieder raus indem wir anhand von dem bestimmten key die sachen dann aus diesem extra paket wieder versuchen herauszufischen und ich weiß einfach dass intent extra der key für die url ist und intent extra subject ist der key für den titel der webseite wie gesagt es ist nicht immer so es ist auch nichts was was man irgendwie logisch ableiten kann sondern das basiert einfach darauf dass in der dokumentation oder das habe ich aus der dokumentation heraus entnommen dass eben der browser über diese beiden keys die wichtigen informationen vermittelt und was dann passiert ist ich erstelle einen bookmark das können sie sich im code anschauen und wie gesagt ich kommentiert es auch nochmal ausgiebig aber das ist nichts was mit diesen intents zu tun hat jetzt übernimmt meine anwendung und jetzt habe ich nichts mehr mit diesem mit der aufrufenden anwendung zu tun ich kann ihnen kurz sagen was passiert so ein bookmark wird über ein ganz einfaches java objekt repräsentiert was ein paar informationen hat titel url creation date und so weiter und ich speichere mir das in der datenbank und wenn es in der datenbank angekommen ist zeige ich es im ui über einen recycler view adapter dann tatsächlich an also nichts spektakuläres und wenn sie sich den kommentierten code anschauen haben sie auch nochmal gelegenheit zu einem ganz einfachen datenbank ansatz mit der room db tatsächlich zu nachzuprüfen beziehungsweise nachzuschauen wenn dann irgendwann der nutzer auf eins dieser elemente in der liste klickt die elemente sind deshalb hier weil eben aus dem browser die intents empfangen worden sind wir haben url und titel in der datenbank gespeichert wir ändern jetzt die liste der bookmarks die wir in die datenbank gespeichert haben dann klicken wir irgendwann hier drauf und dann wird über mehrere wege diese methode aufgerufen das ist alles noch interne verarbeitung hat nichts mit intents zu tun und wir übergeben dieser methode die url des bookmarks das angeklickt worden ist wie wir da hinkommen ist jetzt im moment nicht wichtig in den kommentaren wird es dann deutlich was wichtig ist dass wir an dieser stelle jetzt wieder aufhören in unserer anwendung selber was zu machen und jetzt übergeben wir wieder eine andere anwendung jetzt machen wir nämlich und jetzt erzeugen wir einen intent der dafür sorgen soll dass diese url tatsächlich auch im browser wieder angezeigt wird also ein bookmark manager macht ja nur dann sinn wenn wir die lesezeichen die wir speichern auch wieder zugänglich machen also ich möchte nicht einfach nur eine liste mit urls haben sondern ich möchte mir auch die webseite die dahinter steht wieder anschauen können und das mache ich jetzt an dieser stelle ich möchte aber keinen eigenen browser implementieren sondern ich weiß ja die das andere android system hat einen browser und deshalb starte ich jetzt einen intent mit der entsprechenden action action view steht dafür dass ich ein bestimmtes dokument was über eine uri identifiziert wird vom system von einer passenden app anzeigen lassen möchte da kann jetzt vielleicht einen text eine url einen kontakt eine grafik mediendatei oder sowas drin liegen in unserem fall packen wir eine uri rein also eine eine url letztendlich ist es nicht wirklich eine url sondern nur ein bestimmter teil der url und wir erstellen diesen intent und starten diesen intent auch dann schaut das android system ob es irgendwo auf dem system eine app gibt die sich für solch ein intent registriert hat also genau das gleiche was wir hier in unserem manifest gemacht haben damit wir den intent aus dem browser heraus abfangen machen andere anwendungen für ein intent der jetzt aus unserer anwendung heraus raus geht um irgendwie eine ressource anzuzeigen das macht zum beispiel der browser irgendwo im manifest vom android browser steht drin wenn so ein action view mit einer uri aufgerufen wird dann hallo das bin ich ich kann das verarbeiten und wenn wir dann diesen intent starten dann übernimmt das android betriebssystem sucht sich eine anwendung raus die das ganze startet entweder indem wieder eine liste an möglichkeiten für den nutzer oder die nutzerin angeboten wird oder indem die standardmäßig mit diesem intent mit dieser action verknüpften anwendung aufgerufen wird und falls wir irgendwie was valides übergeben haben wird dann der inhalt im browser angezeigt also wir verlassen hier unsere anwendung wir nutzen funktionalität von einem von einem existierenden oder installierten browser um unseren use case in dieser angelegenheit abzustellen es geht irgendwo in unserer anwendung was rein über den intent und wir geben das ganze wieder über einen impliziten intent dann nach außen raus das sind die beiden stellen wo diese anwendung mit anderen anwendungen kommuniziert dazwischen passiert natürlich auch was also ich habe schon angedeutet die sachen werden in der datenbank abgespeichert damit ich dann wenn ich die app schließe die sachen auch wieder habe also ein bookmark manager macht ja nur sinn wenn ich das ganze persistiere und ich habe eine recycler view hier an dieser stelle verwendet oben über einen entsprechenden adapter diese items dann auf diese art und weise anzuzeigen mit diesem löschen button mit dem ich die elemente dann raus entfernen kann das war jetzt meine kleine übersicht dazu wir müssen jetzt auch zügig leider zu einem ende kommen nochmal der hinweis die diesen code von diesem bookmark manager mit diesen intents werde ich noch kommentierte bereitstellen sie können jetzt auch schon anschauen über den ilyas kurs da fehlen nur meine kommentare es können auf jeden fall sich schon mal anschauen wie ich das gemacht habe und ich werde auch den rest der anwendung kommentieren und dann haben sie noch mal so ein zusätzliches beispiel für sowohl die datenbank nutzung da ist wie der room im hintergrund aktiv und für die verwendung von seiner recycler view um eine datenstruktur auch im user interface zu ändern das war es jetzt erstmal von mir ich bedanke mich für ihre aufmerksamkeit das video stelle ich wieder auf youtube zur verfügung und wird jetzt nachdem ich den stream beendet habe vielleicht noch ein paar minuten im chat bleiben wenn sie irgendwie fragen haben die können sie dann gerne mit der übungsaufgabe und eine schöne zeit vielen dank und auf wiedersehen ja ja